Am 10. März 2021 feiert Micha Bieler seinen Marathon-Geburtstag. Denn an diesem Tag ist er 42 Jahre und 195 Tage alt. Die langsamen Damen und Herren, gründliches Mitklatschen sich erinnern. 4, 3, 2, 1! Das war der Startschuss! 2, 1! Zag Hungerz mening. 2, 1! Aber halt, man kann natürlich nicht einfach loslaufen. Zuerst braucht man ein paar Laufschuhe und dann noch ein paar. Und dann Barfußschuhe, um den Laufstil zu verbessern und viele Horkas mit weichem Fußbett. Ist die Frage nach den Schuhen und Socken endlich geklärt? Braucht man eine Kopfbedeckung, eine Sonnenbrille, eine Stirnlampe, einen Trinkrucksack und eine GPS-Uhr? Und zum Wettlauf muss man sich zwischen magnetischen Startnummernclips und einem Gurt genauso entscheiden, wie nach der Frage, ob die Actionkamera am Handgelenk oder besser am Stab transportiert werden soll. Hat man dann das neueste Handy am Oberarm befestigt, kann es endlich losgehen. Wettbewerden Vollmond Marathon 2016 Untertitelung des ZDF, 2021 Ich habe ein Video genommen. Es ist November. Nicht August. Aber wir laufen T-Shirt. Es ist 16 Grad und voll warm. Es ist November. Es ist November. Michael, herzlich willkommen zurück! Hast du noch ein Foto von uns? Musik Deine Zeit ist 4 Stunden, 127 Minuten und 8 Sekunden. Auf die Plätze, fertig und los. Viel Spaß!